Kommt vom HSV nach Bielefeld, Stürmer Sven Schiplock-Foto, Witters Überraschungsrotation in der Bielefelder Kaderplanung. Der Wechsel von Abwehrtalent Henry Weigelt, 20, Vertrag bis Juni 2019, kam für Jeff Seibene, 49, nicht unerwartet. Der Innenverteidiger hatte schon in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, den Zweitligisten verlassen zu wollen. Jetzt wurde der Blitztransfer realisiert. Für satte 1,2 Millionen wechselt er zu Holland-Club Erz-Alkmaar. Sportchef Samuel Arabi zu BILD, bevor Alkmaar kam, hatten wir Weigelt einen neuen Drei-Jahres-Vertrag angeboten. Aber weder von ihm noch seinem Berater gab's eine Reaktion. Als jetzt das Angebot kam, haben wir das Geschäft gemacht. Im Gegenzug verstärkt sich Arminia mit Stürmer Sven Schiplock, 29, vom Hamburger SV, ablösefrei. Der Angreifer unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2021. Bereits heute, 19.30 Uhr, im Stadtderby gegen Fichte soll er sein Debüt geben. Thailand Return teilen auf Google Plus per WhatsApp verschicken per Mail versenden. pletter Ware Bis zum nächsten Mal.